Backen, backen. Und es geht auch ganz leicht von der Hand. Mit den vielfältigen Backzutaten von Edeka. Gibt es eine Idee, die man damit nicht verwirklichen kann? Mit unseren Edeka Backzutaten lassen Sie Ihre Fantasie am besten freien Lauf. Naturbelassene Kokosraspeln extra grob geraspelt oder unsere backfertige Mohnmischung mit mindestens 33 Prozent Blaumohn, das macht es lecker. Bei Edeka sind Zutaten nicht gleich Zutaten. Hier sind die italienischen Haselnüsse wirklich rund, die Mandelblättchen geschmacksintensiv dünn, die Schokotröpfchen richtig schokoladig backstabil und unser Nuss-Nougat leckerst und schnittfest. Egal was Sie backen, es wird Ihnen bestimmt immer gut gelingen. Denn wir machen uns Gedanken. Unsere Zuckerstreusel sind wunderbar bunt und das ganz ohne schädliche Art zu Farbstoffe. Edeka bedeutet eben Zutaten mit Bedacht. Ja, nicht nur unsere Backzutaten kommen von Herzen. Wir lieben Lebensmittel. Damit es Ihnen gut gelingt, haben wir beste Backzutaten ausgesucht. Eben typisch Edeka. Wie geht es Ihnen gut ich, Zutaten mit Bedacht. Vielen Dank.